Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Was? 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 Hey Leute, was genau? Herzlich willkommen zu einem... Oh shit, ich habe mich gerade fast in die Hose gepisst irgendwie. Egal. Alter, das hat sich voll komisch angefühlt. Meine Blase hat gerade locker gelassen. Herzlichen Glückwunsch, du hast den geilsten Kanal auf ganz YouTube gefunden. Nur Bombenqualität. Ich sitze gerade auf jeden Fall im Bett, bin ein bisschen hinterher gewesen mit Videoschneiden. Ich werde jetzt einen Vlog schneiden, habe gerade auf Insta noch einen Livestream angeguckt. Alter, das ist einfach jetzt zwei Wochen Weihnachten. Was für ein Wochentag ist Weihnachten? Warte, ich gucke kurz. Ist es ein Sonntag sogar? Ne, ein Montag. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr Weihnachten feiert. Das würde mich so interessieren. Habt ihr auch so Traditionen vom Essen her und so? Trefft ihr euch immer mit Familie oder schenkt ihr euch was? Schenkt ihr euch nichts? Was gibt es zu essen? Oh mein Gott. Ich freue mich so. Wartet ihr bis es abends ist? Oder macht ihr schon morgens Geschenke auf? Oder esst ihr morgens richtig fett? Oder feiert ihr gar kein Weihnachten? Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Boah, Weihnachten ist einfach die schönste Zeit im Jahr. Ich liebe, liebe, liebe es. Ich schneide jetzt auf jeden Fall einen Vlog und ich würde sagen, ich höre mich danach wieder, weil ich will jetzt schnell durchziehen. Mir tut alles weh. Ich habe hier so Schmerzen zwischen der Brust. Ich habe irgendwie Ellenbogenschmerzen und Knieschmerzen, wisst ihr ja. Ich schneide jetzt extra in den Betten, habe ich eingekuschelt, weil ich mich sonst hinknie und dann meine Knie noch mehr wehtun. Ich brauche irgendeine Lösung. Ein paar haben gesagt, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mich auf ein Kissen setze. Das bringt bei mir nichts, sobald Druck auf meinen Knien ist. Aber ich kann nicht anders sitzen. Deswegen liege ich jetzt. Und ich bin immer noch... ...und fast kotzen, Alter. Verschnupft auf jeden Fall. Seit zwei Wochen. Jawohl, seit Dubai einfach. Keine Ahnung, Allgemeinkrankheit geht bei allen Grippe um. Warum um? Alle sind krank und bei allen, die ich kenne, es zieht sich einfach unnormal. Über zwei Wochen. Ich bin jetzt fertig mit dem Videoschneiden, endlich. Ich dachte, der Vlog geht gar nicht so lang. Ist ganz okay, 15 Minuten. Warum bin ich gerade voll? Ich bin gerade voll im Peace-Modus wieder so. Leute, ich habe früher dritten, vierten, fünften Klasse, ich war richtiger Peace-Freak. Überall Peace-Zeichen drauf gemacht, ich hatte so Peace-Ketten und so, ich bin ein richtiger Hippie, Alter. Oh Gott, ich hatte so komische Style-Phasen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo Bilder finde. Ach, keine Ahnung, das ist ja voll witzig eigentlich, wenn ich die euch zeigen würde. Ich komme auf einen PC von Luciano und gucke auf irgendeine Festplatte, ob der die gespeichert hat. Ich hatte so viele Bilder mal früh auf dem Handy, immer in komischen Phasen, aber die waren alle auf dem Handy und die auf meinem alten, das habe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwo gespeichert habe, ich glaube, Luciano hat die irgendwo. Guck mal, weil ich habe seinen Laptop. Aber das wäre übelwitzig, ich gucke mal kurz. Luciano Bilder. Hier habe ich ein Bild, wo ich noch braune Haare hatte. Das ist aber nicht so lange her, da war ich schon 16. 17. Alter, dieser Blick, einfach richtig abgefuckt. Guck mal weiter, ob ich irgendwelche Bilder finde. Ach so, richtig alte. Das wäre so witzig. Aber die müssen irgendwo auf dem Laptop sein. Ich habe gerade locker eine halbe Stunde oder so auf dem Laptop gesucht nach Bildern. Ich finde keine. Ich muss auf jeden Fall die irgendwie finden. Ich habe voll Hunger. Ich habe mich immer runter und gucke, ob ich mir irgendwas zuerst machen kann. Ich hätte gerade unnormal Bock auf diese Pizza mit Pommes, auf diese Pommes-Pizza. Aber die mache ich auf jeden Fall noch demnächst irgendwann. Morgen vielleicht. Und es fehlt mich dann auch. Mein Gott, ich freue mich so. Okay. Ach so. Jetzt haben wir uns ja noch mehr umgekehrt. Da liegen zwei so Platten auf dem Boden. Sie geht noch auf einem Tag oder eher so. Ach so. Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mache ich für euch... Okay, jetzt hör auf zu labern, Alter. Machst du jetzt so ein bisschen auf den Kopf, Tussi? Nee, ich mache das manchmal. Guckst du meine Videos nicht? Doch manchmal schon. Ach, das filmt jetzt schon. Das ist noch ein Blatt, der Verbrück. Was ist jetzt los? Ich habe doch gesagt. Ich war einmal vloggen und dann reden die die ganze Zeit. Jetzt schneide ich rein, was ich reinschneide. Okay? Dann will ich kriegen eine Anzeige. Jetzt habe ich mir Kleinschen schickt und damit gemacht, dass du in dich einen Toaster reinkriegst. Leute, meine Mama will geheimnisvoll bleiben. Deswegen will sie nicht, dass man sie sieht, weil sie sie interessant macht. Luciano? Hi. Bist du gut drauf? Ja. Bist du gut drauf? Doch. Einfach so. Jungs wie ich sind für Mädchen doch nur Parasiten. Bist du dumm? Nee. Das geht so nicht. Luciano. Oh nein, jetzt ist mir ein Scheißer gelang. Fertig. Au. Ich habe es gefilmt. Alles gut. Jetzt ist alles gut. Nein. Es geht los. Du kannst es doch nicht einfach auf die Flasche stellen. Doch. Was denkst du dir denn eigentlich? Stell dir auf die Flasche. Oh nee, meine Toast vor allem zu schwitzen. Willst du mit mir essen? Mit dir? Wer ist noch heute Tag los? Ich weiß. Alter, kranke. Wir müssen von unten diese Chilis hochholen. Warum? Scharf. Du bist so klug. Hast du auch's geschnettet? Mh. Ja. Hab ich. Ich liebe. Und jetzt machen die ganzen Fanbitches wieder ein Edit. Edit? 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 Edith? Bist du? So ein deutscher Name. Edith. Edith? Mh. Wer war noch mal? Edith? Alte Edith heißt... Ah, Edith ist doch die vom Jugendhaus. Leute, jetzt schneiden die wieder so ein Edit zusammen. Heißt das Edit? Edit? Wie bitte? Was hast du gesagt? Jetzt schneiden die wieder Edit zusammen, wo ich nur fresse. Auf meinen ganzen Vlogs. Obwohl sie recht haben. Ich liebe die zum Taser, wenn der schmilzt. Passiert. Nein! Mama braucht das. Du willst eine Mischung machen mit den Tacos. Ich wollte nämlich vorhin auch schon Gurke essen. Darf ich nicht. Ehrlich ist? Ja. Ich dachte das jetzt nicht essen. Nein. Und keine Avocado und keine Paprika. Wir sollen immer Gemüse essen heute, weil alle Gemüse essen heute darf keiner. Nein. Danke, dass du gestern mein Video hochgeladen hast. Und du kein Problem. Fand ich richtig nett. Ja. Finde ich auch. Ich habe nicht mal den Nikolaus von dir weggenommen. Weil du einen eigenen hast. Hä? Weil du einen eigenen hast. Nein, der ist schon weg. Ja, jetzt weg. Hä? Ja, jetzt ist der weg. Nein, schon davor war er, wenn ich es getrockne habe. Ja, aber du hattest auch einen eigenen. Ja. Aber erst recht. Vielleicht habe ich was gut bei dir. Ja, Nikolaus. Nein. Nichts zu essen. Hä? Mäh. Okay, was dann? Irgendeine Aktion. Nichts Zimmer aufräumen. Vergiss es. Sind da noch Domino-Steine drin? Heute ist der zweite Advent. Das heißt in zwei Wochen. Mama. Morgen in zwei Wochen ist Weihnachten. Soll ich dir zeigen, was ich mache? Mal gucken, ob du das auch dann essen willst. Warte. Ich habe mir eine Zuschauerin geschickt. Ich zeige mir jetzt das Pommes Pizza Video. Habe ich es euch schon gezeigt? Oh, jetzt weiß ich es ja schon. Ich habe es euch gestern im Vlog gezeigt. Genau das werde ich nachmachen, Junge. Wie geil ist das? Sieht geil aus, gell? Cheesy, Alter. Cheesy as fuck. Mache ich vielleicht morgen oder übermorgen. Willst du dann auch ein Stück haben? Ja, klar. Mit Pommes ist übegeil. Einfach eine Zuschauerin hat mir das geschickt, weil die wissen, ich liebe Pommes. Die schicken mir alle Pommes-Variationen hin. Zum Glück sind Pommes keine Fische. Ich habe euch doch vorhin gesagt, dass wir Tacos essen heute. Es sieht so lecker aus. Ihr werdet jetzt alle richtig Janice. Oh, Junge, es sieht so geil aus. Und dann haben wir noch so eine Fleischpfanne. Junge, ist das geil. Leute, ich sterbe fast. Ich bin so fertig. Wer von euch ist auch seit zwei Wochen krank und wird nicht gesund? Oh, Mann. Ich habe gerade ein paar Sachen bei 21 Buds hochgeladen. Ich habe da so Dinger geswatcht von so einer Palette. Deswegen ist da jetzt Lidschatten drauf. Es sind fast 100.000 auf 21 Buttons. Ich bin tot. Ich glaube, ich gehe heute richtig früh schlafen. So, wie viel Uhr haben wir jetzt überhaupt? Scheiße, mein Akkus gleich leer. Mein Ladekabel ist wiedergebunden, habe ich es euch erzählt. Ich muss mir echt eins von Apple holen. Die anderen bringen nichts. Aber selbst die von Apple gehen mit mir kaputt. Ich habe mein Video vorhin hochgeladen. Ah, nee, es ist schon 22 Uhr. Oha. Fuck, ich habe immer noch nichts bestellt bei Shein, weil die haben mir doch diesen 200-Euro-Gutschein zugeschickt, wisst ihr ja. Und dann habe ich voll viel in meinem Warenkorb gehabt und wollte das bestellen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bestelle es morgen. Und dann war der irgendwie so lange offen, dass der sich von alleine gesperrt hat. Und dann habe ich die ganzen Sachen verloren. Und jetzt muss ich wieder von vorn. Nein, nicht ihr Ernst. Mann, mein Warenkorb ist wieder leer. Ich habe... Oh nein. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt noch bei Shein irgendwann die ganzen Sachen bestellen. Und ich muss gerade so dringend aufs Klo, Leute. Könnt ihr mir eigentlich sagen, ob meine Stimme wieder normal ist oder ob die immer noch so ein bisschen kratzig ist? Weil ich weiß nicht, ob meine Stimme wieder normal ist. Ich kann es nicht. Ich höre es nämlich echt nicht mehr. Ich muss so dringend pissen und ich habe so Durst irgendwie. Mir ist richtig warm. Ich mache jetzt einfach Fenster auf. Guck mal, das Ding. So schön. Okay, ich glaube, ich gucke gleich wieder nach dem Bett. Aber ich muss halt echt auch mal dann bestellen oder so. Sonst bringt es nichts. Sonst habe ich vor Weihnachten halt auch kein Bett dann. Oh, es ist so windig. Aber ich liebe das, wenn man... Wenn es so windig ist, ich kann ja so gut schlafen und mit Sturm und Regen und so. Ich liebe das. Mir glaube ich irgendwann Nerven eingeklemmt oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich mich hinlegen soll. Erstmal gucken, ob hinter der Monster ein... Erstmal gucken, ob hinter der Dusche ein Monster ist. Es ist 2 Uhr nachts. Und ich habe... Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Die ganze Zeit, ich sehe auch irgendwie richtig komisch aus. Ich wollte mich gerade abschminken gehen. Deswegen bin ich ins Bad gegangen. Habe ich gemerkt, dass ich schon abgeschminkt bin. Ich gehe jetzt ins Bett. Was habe ich gemacht die ganze Zeit? Ich war schon um 22 Uhr. Im Bett wollte ich schon schlafen gehen. Aber dann konnte ich irgendwie doch nicht schlafen. Und ich war schon voll so müde. Aber dann hat mich irgendwas geritten anscheinend. Ich war einfach schon im Bett um 22 Uhr. Wir haben jetzt 4 Stunden später. 4 Stunden. Ich hätte in der Zeit Video schneiden können. Ich habe nichts gemacht. Guck mal. Die grüne Tüte da oben habe ich da hingeschmissen. Damals, als ich meinen Schrank aufgeräumt habe. Weil ich dachte, die würde mich nicht ankotzen. Oder ich sehe die da eh nicht. Die fackt mich einfach auf übelste Ab, weil das einfach so ein grüner Fleck in meinem Zimmer ist. Und es passt nur in mein Zimmer rein. Und ich sehe die die ganze Zeit, aber ich komme nicht ran. Ich komme auch nicht ran, wenn ich den Stuhl dahin stehe. Wie ich muss morgen mit meinem Papa fragen, ob der das holen kann. Struggle. Ich gehe schlafen. Lächeln nicht vergessen. Dein Lächeln ist gesund. Die Autos hat der Plan schon bleiben. Wo kacken? Oh mein Gott. Also nur noch wie viele Tage bis zu Weihnachten? Lol. Ich schwöre. Mein Laptop hat krass von alleine. Macht ja irgendwelche Sachen. Mein Laptop macht mir Angst. Der macht von alleine irgendwelche Sachen. Die Autos hat der Plan schon bleiben. Wo kacken? Wo die Kacke ist, ist die Luft am besten. Immer da bleiben, wo die Scheiße richtig fährt am Dampfen ist. Geh schlafen. Geh das an der Rang schon bleiben. Wo kacken? Sia, love ya. Gebt diesem Video keinen Daumen nach oben. Um Gottes Willen, bitte nicht. Und wir... Ich liebe euch, fühlt euch hart für mich geknuddelt. Außer die Ekligen da draußen. Die auf keinsten. Bitte, nachher kriegen die noch irgendwelche... Vater Morgana. Vater oder Vater? Vater Morgana. Ja, moin. Mein Vater ist eine Vater... Ja, okay. Sia, love ya. Oh, Akku leer. Perfectest timing. Bye.